Assalamu alaikum wa rahmatullah. Die nächste Frage ist, brauche ich, benötige ich Voodoo, wenn ich Dua machen möchte? Oder muss ich als Frau Hijab aufsetzen, wenn ich Dua machen möchte? Nein, das brauchst du nicht. Du brauchst weder Voodoo, noch musst du Hijab aufsetzen, noch sonst irgendwas. Du kannst jederzeit, in jedem Moment Dua machen. Natürlich, wenn du jetzt eine bestimmte Dua hast, ist es besser, wenn du Voodoo machen gehst, dich anziehst, deine Aura bedeckst, vielleicht davor noch zwei Araka betest und so und, aber dass du Dua machst, jederzeit, die ständig andauert, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Dazu brauchst du kein Dua. Dua für den Parkplatz, Dua für Hilfe da, Dua für Spielzeug, Dua für die ganze Zeit Dua machen, das ist gut bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die ganze Zeit verbunden sein mit Allah subhanahu wa ta'ala, anstatt dich zu verhindern und sagst, ich muss jetzt Voodoo machen, dann Dua machen. Nein, mach die ganze Zeit Dua, inshallah, ist kein Problem, du brauchst kein Woodoo dafür. Barakallah feikum.